Fick dich, Alter! Fick dich! Hahaha! Lass mich an in Ruhe! Was ist denn da los? Statement! Ja, ich hab immerhin! Statement! Ja, ist auf jeden Fall eine geile Veranstaltung! Und äh... Ja, Grüße geht raus an euch! Und jetzt verpiss dich, Mann! ... ... ... Mama, 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 Mama So Leute, Peckfets steht vor der Tür und Hauke hoch am Start Schönes Wetter am Start Ich am Start Renegade am Start Irgendwo dahinter Also, ich würde sagen alles cool alles so wie es sein muss und ich hoffe man sieht sich da ja macht nicht so viel staub macht nicht so viel kaputt und in diesem sinne peace hey und 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 du musst du bloß gegen den kühler ein bisschen fährt durch andere alter ja man ja eben aber ist nüchig meins hier pass mal auf ja geht nicht die furchte die moral viel angenehmer von der servo her obwohl ich sagen würde, dass man die auch noch ein bisschen härter machen könnte die taucht und gut was völlig anderes ich finde einfach so vom fahrverhalten her ist es einfach viel entspannter als mit der auto deswegen, wie gesagt, ich finde sie echt mega ohne witz ja, also leistungsmäßig, wie du gesagt hast reicht aus ja 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 gerade Melende gut, eine 500er merkt man nicht merkt man, wirst du aber so wie gesagt, 800er oder 1000er ist kein Unterschied mit Bonn, die kleine Mütche, oder? nein, Maik war ok, gut war der André, er will auch ja, ja aber André pass auf da mit der, ja, ja ja ja, ich hab mich mit dir nicht so nee, nee ist schon gut nee, er hat sich mit der Verhörter gefangen ja, ja war schon ein bisschen ja, ist halt immer noch nicht seins, so, wirst du ja ich war ja auch, wo ich halt in Schenkenberg die Kante eben hab war ja nur eine kleine Pfütze, so, wirst du guck mal nur mit Heckantrieb, Junge ja, das ist kein Problem, Alter das ist so heftig, Alter fährt da so durch fährt da eine da oben, meinst du? wieder? nicht wahr? mach mal, mach mal lieber nicht ich bin mit den Furchen auch ein bisschen scheiße ich bin da auch noch nicht durchgefahren nee, Alter muss ja nicht sein ja, ich hab doch jetzt keine Moddersachen bei ja, ja wegen den Grinheben, wirst du? ja ja sind Moddersachen jetzt ja aber ist ja egal kommt, da hat man Spaß ja, los gut, weiter geht André, durch oder was? ich muss in die Tiefe rein ich mag, ich sag, ich ist zu tief ja wir können hier noch nicht raus, oder? vorhin sind hier um den Ausländer und so durchgefahren warte 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 naja, kommst du da drüben finde ich geht doch guck mal, ist doch viel weniger Wasser als gestern sehr, sehr tief hier noch was denn? sehr, sehr tief gerade bitte hier auch warte warte nicht, oder? doch, das ist doch vorher geil wo warst du? Deine autie oh mann alter hast du das ohe gemacht hast du das ohe gemacht kein allrad max mach keinen scheiß antriebswelle gerissen vorne heute hat er seine modder sachen an ran fahren ja mann normal aber guck mal die pustet ein bisschen wasser mit durch jetzt hängt er fest gut dass sie nur 500 kilo wiegt jetzt müssen wir hoch guck mal her was ist hier los andre lass stehen welche seite ist bei der der ansaugt oben rechts hinterm tacho oben rechts achso doch so weit oben ist ja ja guck mal wie weit andre drinnen von da vielleicht er hat ja ne winde andre warte die schwimmt schon ja oh mann wasser warum bist du denn da nicht rein gefahren da hast du wasser ins kiste ja ja undre 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 hat ihnen ein handy bei kommt sie kommt sie ja lass da seilwinde machen ja ja undre 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 mach du hast das ist ein schicker anzug ja ne das ist aber nicht mein modder anzug super mario super mario das ist aber noch nicht achso nur so fame und so alter sklamotten ja ich stand unten das ist dumm das ist das ist das ist das ist das ist das ist gut gut machs gut da soll man rankommen oder was gleich macht der max weil ich gut denke ich gut ja der kleine sehen hat dass du mit seinen Quark fährst dann hast du gehen können echtes max fährst du rin fährst du rin ah ok ganz schlecht motiver ja 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 wo ist denn carlos ja ja wirklich wo ist denn die rasselbande hier keine ahnung so zwei takt da geht echt gut ab gerade eine runde gefahren damit hart am chillen irgendwo ja ja der mal präsentieren meine neue renegade 125er sind das meist aus einer mini rappen also von der optik so ein bisschen jedenfalls hier mit denen ich glaube hier ist eine schraube verloren hier auf jeden fall mehr stauraum als die renne geht das hört sich an wie ein fernischer foto guck mal hier das macht richtig spaß ein bisschen matsch hat er auch ansaugung oder was mike will noch ein bild machen es ist wirklich gut ja 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 entschuldigen sie warten warten ja ja So, an der Stelle gehen nochmal fette Grüße an Yves raus, vielen Dank, dass ich deine Dreckskarre mal testen konnte, beziehungsweise eine Runde in Packwitz damit drehen konnte. Wie du siehst, hatte ich eine Menge Spaß und dementsprechend gehen erstmal dicke fette Grüße an dich raus und kümmer dich um die Karre, denn die ist echt pornös und geil. Super, na denn, Grüße an Kiskum Junkies, bis dann, Peace. Na, ihr habt Ritter geht zur Warme waschen. An der Stelle wollte ich auch nochmal einen dicken fetten Dank an euch, meine Abonnenten ausrichten, sorry, dass ich so lange kein Video hochgeladen habe, aber man hat halt privat auch mal ein bisschen was zu tun und ja, es soll Hobby bleiben, dementsprechend stelle ich das ein bisschen zurück, aber hier mal wieder ein Video und ja, viel Spaß dabei und vielen Dank für die 700 Abonnenten, unglaublich. Wer mich übrigens treffen möchte, am 18.01. bin ich auf der Grünen Woche in Berlin. Gut, wir sehen uns, ciao. 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 Ciao.